Heute Abend startet die zweite Bundesliga in die neue Saison 23-24 mit dem Kracherauftakt-Spiel zwischen dem HSV und dem FC Schalke 04. Und das Ganze könnte auch symbolisch sein für die komplette bevorstehende Saison, denn im heutigen Video möchte ich euch einfach mal so ein bisschen meinen Standpunkt darlegen, warum ich denke, dass es wirklich die beste Zweitligasaison aller Zeiten werden könnte. Dabei sehe ich das Ganze vor allem im Vergleich zur vorletzten Zweitligasaison, denn damals hatte man ja Schalke und Bremen in der Liga, also auch zwei richtig große Vereine vom Namen. Und da hieß es ja auch oft, dass es die beste zweite Liga aller Zeiten ist. Und heute möchte ich einfach mal so ein bisschen zeigen, warum es jetzt diese Saison der Fall ist und da eben ein paar verschiedene Aspekte und Gründe erläutern. Zunächst einmal hast du grundsätzlich eine extrem krasse Fanszene und generell extrem viel Tradition, was die Vereine in der Liga angeht. Natürlich hast du da die Absteiger mit Schalke und Hertha vor allem, aber auch ansonsten hast du da wirklich große Namen, wie beispielsweise Kaiserslautern, die vor zwei Jahren eben auch noch nicht in der Liga waren, aber auch ansonsten natürlich mit Nürnberg, mit Hamburg, Hannover und so weiter. Also da hat man echt gute Fanszenen, auch die kleineren Vereine sind grundsätzlich recht stabil aufgestellt, was das angeht, sofern man da eben Elversberg und Wiesbaden als neue Aufsteiger ausklammert, aber ansonsten ist man da echt stabil aufgestellt. Dementsprechend wird natürlich auch der Zuschauerschnitt sowohl in den Stadien als auch vor dem TV extrem hoch sein, denn wie gesagt hast du jetzt halt eben Lautern, Hertha, Schalke dabei und ja, klar, die kleineren Vereine, wie gerade gesagt, Elversberg und Wiesbaden, bringen da nicht ganz so viel, aber rein im Vollen und Ganzen, wenn man das betrachtet, dann kann da die zweite Liga, glaube ich, sogar fast mit der ersten mithalten, weil du einfach so große Vereine, auch mit großen Stadien, aber auch vielen Fans hast, wie eben den HSV, Lautern, Hertha, Schalke, auch den KSC, also da hat man echt solide Fanbases am Start und ich glaube vom Zuschauerschnitt her muss sich die zweite Liga vor niemandem verstecken, ist ja generell weltweit gesehen die zweite Liga mit dem besten Zuschauerschnitt in den Stadien, aber auch vor dem TV und da ist man, glaube ich, diese Saison sogar besser aufgestellt wie in den vorherigen, wie vorhin bereits angesprochen. Als nächstes habe ich dann den Aufstiegskampf auf der Liste, und klar, der ist immer recht spannend und so weiter, da sind auch oft einige Teams beteiligt, aber hinten raus fallen dann doch meist recht viele ab und es ergibt sich dann oft so ein recht klares Bild. Ich finde, klar, ich kann es nicht vorhersagen, aber meiner Ansicht nach gibt es extrem viele Mannschaften, die dieses Jahr in den Aufstiegskampf mit eingreifen können. Ich würde anhand meiner Prognose, die auch schon online kam, schau da gerne vorbei, sagen, dass es eigentlich so an die neuen Mannschaften gibt, die meiner Ansicht nach in den Aufstiegskampf eingreifen könnten und zusätzlich noch zwei, drei Teams, die überraschen könnten. Also da ist es echt spannend und ich sehe jetzt auch niemand meilenweit voraus, wie jetzt einige, die gerade Schalke und den HSV als erster und zweiter tippen. Ich glaube, es wird durchaus offener und spannender hinten raus werden, aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Grund dafür wäre auf jeden Fall die enorm gestiegene Qualität, auch fußballerisch würde ich sagen, zur neuen Saison hin. Klar, wir haben jetzt noch kein Spiel gesehen, aber rein von den Transfers her ist die Qualität meiner Ansicht nach extrem gestiegen. Wenn man jetzt mal schaut, du hast da eben die Allstars wie einen Stindl, der zum KSC zurückgekehrt ist, einen Halzenbeck, der zu Hannover zurückgekehrt ist und auch einen Max Kruse, der eben jetzt zu Paderborn gegangen ist. Gut bei Kruse, der hat jetzt länger nicht gespielt, da weiß man nicht mehr, was er leisten kann, aber rein grundsätzlich ist er vom Niveau her deutlich zu stark für die Liga und vor allem, wenn man Stindl und Halzenbeck betrachtet, die sind safe zu gut für die Liga. Die haben beide letzte Saison noch auf gehobenem Niveau Bundesliga gespielt, teilweise sogar Champions League. Also da kann man durchaus erwarten, dass die ihre Mannschaften extrem verstärkend werden und ich glaube, das hatten wir recht selten, dass es so eine Zuflut an Stars gab, aber ich glaube, das erklärt sich halt eben auch mit der zunehmenden Attraktivität. Die gehen einfach zurück zu ihren Jugendclubs und wollen da einfach nochmal vor vielen Fans spielen, was halt in der zweiten Liga genauso gegeben ist wie in der ersten aktuell. Aber auch ansonsten hast du beispielsweise einen Piccini, der lange Champions League gespielt hat und jetzt mit 30 bei Magdeburg spielt. Klar, der hat einen kleinen Downfall gehabt und auch letzte Saison war der schon da, finde ich aber trotzdem krass. Und auch ansonsten ist gerade durch die neuen Transfers, wie ich finde, die Qualität enorm gestiegen und das bringt mich auch zu meinem nächsten Punkt und zwar die starken Transfers der, ich sag mal, kleineren Vereine. Da sehe ich gerade so Vereine wie Magdeburg, Kaiserslautern oder Kiel, wo echt gute Arbeit getätigt wurde im vergangenen bzw. noch aktuellen Transferfenster und die durchaus überraschen könnten und durch die Transfers schon so Wundertüten sind, weil sie eigentlich unter den anderen Teams angesiedelt sein sollten. Aber wenn die Transfers halt eben voll einschlagen, könnten sie auch durchaus überraschen und genau diese starken Transfers von einigen Vereinen haben mir eben auch die Prognose für die Saison wirklich erschwert und ich glaube generell ist den meisten, die eine Prognose gemacht haben, es diese Saison enorm schwer gefallen und das liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass gute Transfers bei vielen Vereinen getätigt wurden und die Qualität so enorm gestiegen ist in der Liga, in der Allgemeinheit. Und zu guter Letzt muss ich noch sagen, ich habe mich ja dementsprechend vorbereitet und auch so ein bisschen die Testspiele durchgeschaut von allen Vereinen für meine Prognose und da ist es wirklich so gewesen, dass extrem wenige Zweitliga-Vereine überhaupt ein Testspiel verloren haben und wenn, dann hat auch niemand mehr als ein Spiel verloren, sondern eher sogar die Mehrheit gewonnen. Und das war echt überraschend für mich, ich hätte da eigentlich gerne einen Trend abgeleitet, wer so ein bisschen eine schwache Vorbereitung hatte, aber die hatten halt echt alle eine gute Vorbereitung. Natürlich muss man auch sagen, dass das durchaus auch dem geschuldet ist, dass sie ja jetzt schon mit der Saison anfangen und dementsprechend im Vergleich zu den Gegnern in der Vorbereitung oft schon viel weiter waren und dementsprechend auch vom Leistungsvermögen her deutlich weiter waren und so eher gewinnen konnten. Dennoch waren da durchaus achtungsvolle Ergebnisse und vor allem auch Leistungen dabei, gerade so Magdeburg mit dem 3-1-D gegen Sevilla oder auch das Testspiel vom KSC gegen Liverpool, auch wenn man das letztendlich verloren hat, war das wirklich eine herausragende Leistung, habe ich mir auch angesehen. Alles in allem erwarte ich durchaus eine der besten Zweitliga-Saisons, auch untenrum könnte es durchaus wieder spannend werden, auch wenn da die Qualität logischerweise nicht so stark wie vorne ist, aber ich bin auf jeden Fall extrem gespannt und vor allem hyped auf diese Saison. Lasst mir auf jeden Fall gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!